In dieser Videoreihe sehen Sie, wie die SOLIDWORKS Produktfamilie dafür sorgt, dass aus einem ersten Konzept, wie diesem Kühlschrank, schlussendlich ein fertiges Produkt mit der entsprechenden Dokumentation wird. Mit der SOLIDWORKS 3D CAD Software können Sie das detaillierte Layout der mechanischen Elemente Ihrer Konstruktion skizzieren, wodurch Sie Zeit sparen und die Nachbearbeitung reduzieren. Mit SOLIDWORKS Electrical Schematic können Sie die elektrischen Verbindungen konstruieren. Die visuelle Zusammenführung der elektrischen und mechanischen Elemente in 3D erfolgt mit SOLIDWORKS Electrical 3D. Das Tool CircuitWorks in SOLIDWORKS 3D ermöglicht den gegenseitigen Datenaustausch zwischen Elektroingenieuren und Konstrukteuren im Maschinenbau für eine effizientere Zusammenarbeit. Die Validierung Ihrer Ideen im Verlauf der Produktentwicklung senkt die Risiken und sorgt dafür, dass die fertigen Produkte wie gewünscht funktionieren. Während Sie mit SOLIDWORKS Simulation schnell die Festigkeit Ihrer Teile ermitteln können, ermöglicht SOLIDWORKS Flow die Simulation von Luft- und Fluidströmungen, Wärmeübertragung und Strömungskräften, die für Ihre Konstruktion wichtig sind. Mit SOLIDWORKS Plastics erhalten Sie einen Einblick in die Leistungsfähigkeit von im Spritzgussverfahren hergestellten Kunststoffteilen. Die Produktionstauglichkeit ist für Ihren Unternehmensgewinn entscheidend. Mit Tools wie SOLIDWORKS Costing können bereits in der Frühphase der Produktentwicklung Kostenschätzungen durchgeführt werden, um wichtige Entscheidungen in Bezug auf die Kosten treffen zu können. Auf diese Weise können Sie die Lücke zwischen Konstruktion und Fertigung schließen, damit Produktionsfehler von vornherein vermieden werden. Eine vollständig integrierte Lösung ermöglicht außerdem die effiziente Verwaltung und Weitergabe von Konstruktionsdaten bei problemlosem Zugriff auf die aktuellen Daten. Nachgelagerte Prozesse werden mit Tools wie SOLIDWORKS Inspection weiter vereinfacht, mit deren Hilfe aus technischen Zeichnungen automatisch die nötigen Dokumente zur Prüfung und Qualitätskontrolle erstellt werden können. SOLIDWORKS Composer nutzt alle 3D-Modelle in ihrer Konstruktion, um die zugehörigen technischen Dokumente zu erstellen. Tools wie PhotoView 360 wiederum können verwendet werden, um realistische Renderings für das Marketing, den Vertrieb und zur Genehmigung durch den Kunden zu erstellen. Die Zusammenarbeit aller an der Produktentwicklung und Entscheidungsfindung mitwirkenden Personen ist häufig über die Gesamtdauer eines Projekts hinweg von Bedeutung. SOLIDWORKS PDM stellt nicht nur sicher, dass im gesamten Unternehmen effizient zusammengearbeitet wird, sondern unterstützt sie außerdem bei der Verwaltung sämtliche Aspekte der Produktentwicklung, von der Versionskontrolle bis hin zu den finalen Genehmigungen. Für eine schnellere Zusammenarbeit können sie ihre Zeichnungen über E-Drawings mit Kunden und Lieferanten teilen. Sehen sie sich die anderen Videos und Links auf dieser Website an, um mehr darüber zu erfahren, wie sie ihren Arbeitsablauf optimieren, Dauer und Kosten der Entwicklung verringern und jederzeit die Informationen erhalten, die für bessere Entscheidungen bei der Produktentwicklung nötig sind. www.md.at.at.at.at.at.at Untertitelung des ZDF, 2020